Wir haben auf diesem Kanal ja schon mehrfach über die italienische und griechische Pauschalbesteuerung gesprochen. Dort kannst du als Ausländer, wenn du möchtest, 100.000 Euro im Jahr pauschal Steuern bezahlen, dann sind damit alle Steuern für ausländische Einkünfte bezahlt. Für viele sehr interessant, vor allem nachdem der Nondom-Status im UK ein jähes Ende gefunden hat. Viele wissen allerdings nicht, dass es auch ein osteuropäisches Land gibt, wo es eine solche Pauschalbesteuerung gibt, die man nutzen kann. Hier muss man sogar nur rund 70.000 Euro im Jahr pauschal bezahlen. Dann sind sämtliche Steuern auf ausländische Einkünfte damit abgegolten. Um welches Land es hier geht und welche Details du sonst noch wissen musst, das verraten wir dir in diesem Video. Tatsächlich sprechen wir über das deutsche Nachbarland Polen. Dort gibt es nämlich seit 2022 hier eine Pauschalbesteuerung. Hier musst du 200.000 Sloty im Jahr Steuern bezahlen für deine ausländischen Einkünfte und dann auch noch eine Spende von 100.000 Sloty machen, zum Beispiel in den Denkmalschutz, in die Bildung in Polen. Zusammen also 300.000 Sloty, das sind so ungefähr 70.000 Euro. Also nochmal deutlich niedriger als in Italien oder Griechenland. Du musst nicht in eine Immobilie investieren. Du kannst das Ganze für 10 Jahre lang nutzen und zahlst eben in dieser Zeit nur diesen relativ moderaten Steuersatz, ganz egal, wie viel du im Ausland verdienst. Außerdem musst du deine gesamten ausländischen Einkünfte auch nicht in Polen angeben. Beachten muss man natürlich auch hier die sogenannten CFC-Rules, das Außensteuerrecht, sogenannte Beherrschungsregeln. Du hättest also ein Problem damit, wenn du jetzt zum Beispiel eine USLLC hättest und diese USLLC würdest du von Polen aus betreiben, dann hat nämlich diese Gesellschaft eine Betriebsstätte in Polen. Das Gleiche würde auch für andere Rechtsformen gelten. Hast du aber die notwendige Substanz im Ausland, bei Auslandsgesellschaften zum Beispiel über Geschäftsführer, über Personal, über Betriebsstätten im Ausland, dann sind Einkünfte aus solchen Gesellschaften in Form von Gewinnausschüttungen oder Dividenden eben in Polen hier über die Pauschalbesteuerung einzunehmen und dann auch entsprechend zu versteuern. Warum kann Polen interessant sein für dich? Viele würden vielleicht sagen, nun gut, die geopolitische Situation im Osten Europas ist ja nicht gerade harmlos momentan. Da muss man schon relativ vorsichtig sein. Ja, ich stimme dir zu. Das ist sicherlich ein Punkt, den man sehr kritisch hier begutachten muss. Da muss man sich fragen, will ich wirklich dorthin ziehen? Ich kann mir vorstellen, dass es für viele, die in Deutschland leben, vielleicht sogar im Osten Deutschlands leben, durchaus attraktiv sein kann, weil man ist dann relativ schnell natürlich in Deutschland. Du kannst hier Familie besuchen, du kannst möglicherweise hier Termine in Deutschland wahrnehmen. Das kann also interessant sein, du bist nicht so weit weg. Generell ein Land in der Europäischen Union kann interessant sein, auch wenn das Land jetzt nicht komplett steuerfrei ist, wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, die Cayman Islands oder Bahamas oder sowas, kannst du zum Beispiel ja die polnischen Doppelbesteuerungsabkommen nutzen. Ich hatte ja in einem anderen Video bereits gesagt, dass zum Beispiel Mandanten, die Dividenden aus den USA beziehen, auf einmal höhere Steuern bezahlen als in Deutschland, wenn sie nach Dubai umziehen. Denn dann können sie nicht mehr die günstigen 15%-Quellensteuern in den USA verwenden, sondern werden mit 30% veranschlagt. Das heißt, auf einmal zahlst du mehr Steuern in Deutschland, wenn du in Dubai wohnst, wenn du eben solche passiven Einkünfte hast. Das könnte dir in Polen nicht passieren. Hier kannst du die polnischen Doppelbesteuerungsabkommen nutzen und hättest dann damit auch die entsprechenden vergünstigten Sätze, zum Beispiel bei Dividenden. Ein anderer Vorteil sind sicherlich Banken. Du weißt ja, wie schwierig es geworden ist, Bankkonten zu eröffnen. Viele Schweizer Banken, Lichtensteiner Banken sagen ja ganz klar, wir machen nur ein Konto für dich, wenn du in der Europäischen Union lebst. Da kannst du also nicht in Dubai wohnen oder aber in den Bahamas oder Cayman Islands. Hier wäre also auch ein Wohnsitz in Polen sicherlich attraktiv. Daneben ist Polen auch ein sehr schönes Land natürlich hier. Die Lebenshaltungskosten sind zwar in den letzten Jahren auch stark gestiegen, aber möglicherweise immer noch geringer als in Ländern wie Deutschland. Jeder EU-Bürger kann bekanntlich in Polen leben. Du brauchst dort kein Visum, keine Aufenthaltsbewilligung. Und was zum Beispiel auch interessant ist, an Polen sind relativ günstige Unternehmenssteuern. Es gab ja hier vor kurzem eine Initiative in Polen, nachdem kleine Unternehmen dort nur noch 9% Körperschaftssteuer bezahlen müssen. Hättest du also Interesse daran, neben deinen ausländischen Einkünften auch ein lokales Unternehmen zu gründen, könnte man hier von relativ günstigen Steuersätzen in Polen profitieren. Auch bei einem Umzug nach Polen sind natürlich aus deutscher Sicht etliche Dinge zu beachten. Denken wir zum Beispiel an die Wegzugsbesteuerung, wenn du an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland zu mindestens 1% beteiligt bist. Denken wir an Dinge wie die Entstrickung, möglicherweise sogar die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn du diese Pauschalbesteuerung in Polen nutzt. Man muss also sagen, dass ein Umzug ins Ausland alles andere als einfach ist aus deutscher Sicht, jedenfalls steuerlich betrachtet. Hier sind jede Menge Details zu beachten und das gilt natürlich auch beim Umzug nach Polen. Ich rede jetzt allein von der deutschen Sicht. Mandat in Österreich haben ebenso mit der Wegzugsbesteuerung zu kämpfen. Also auch in Österreich muss ein Umzug ins Ausland gut geplant werden. Wenn der Umzug nach Polen auch für dich ein Thema ist oder du dich generell mit dem Gedanken trägst, ins Ausland umzuziehen, um dich hier steuerlich optimal aufzustellen, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimal aufzustellen, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen im Ausland aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.